Wir haben zusammen für die Verfassung! An das massive Polizeiaufgebot, ihr seid in keiner Gefährdungslage und der Bundeskanzler oder das Bundeskanzleramt auch nicht. Niemand hat vor etwas zu stürmen, außer mit der Wahrheit. Unsere Waffe ist das Wort und nicht die Faust. Die Führung der Bundeskanzler und der Bundeskanzler und der Bundeskanzler und der Bundeskanzler starten. Das sind die Führung der Bundeskanzler und der Bundeskanzler im Büro. Vielen Dank.